Evgeny Shiryayev, herzliche Gratulation zum Sieg heute Abend. Herzliche Gratulation auch zum Game-Winning-Goal. Wie haben Sie das Spiel erlebt? Ja, es war nicht ein einfaches Spiel. Der Zug kommt heute sehr hart. Wir wissen das. Die Spiele sind sehr kompakt. Wir müssen am meisten so wenig wie möglich Chancen geben. 2 gegen 1, 3 gegen 2. Das haben wir heute gemacht. Jetzt hat man zweimal in Folge gewonnen. Das weitere Programm für den EZF ist relativ tough. Man spielt in den nächsten fünf Spielen zweimal gegen Olten und zweimal gegen Kloten. Begegnungen, die man in dieser Saison noch nicht gewinnen konnte. Was muss man machen, dass man das schafft, in den nächsten Spielen zu ändern? Ja, wir müssen Geduld haben. Sehr gut spielen. Eishockey in 60 Minuten. Und ja, die Chancen, welche wir haben, müssen wir die benutzen. Und so wie möglich weniger Chancen geben, 2 gegen 1, 3 gegen 2 gegen uns. Und von dieser Top-Mannschaft, ja. Super. Merci vielmals und alles Gute.